Um die Einfahrt in das Stadion vergrößern zu können, müssen Sie zuvor die Arbeitsfläche erweitern. Danach markieren Sie den linken Teil des Bilds und quer hindurch die Hälfte des Rasens, um diesen Teil nach links zu verschieben. Das zusammengebaute Panorama mal näher betrachtet, dann wird Ihnen Folgendes auffallen. Die Ebenenmasken, die hier angelegt wurden, die haben keinerlei weichen Übergang. Das ist das, was man eigentlich erwarten könnte, wenn man mit Photomerge arbeitet. Und wenn wir uns mal anschauen, ich nehme mal die untere Ebene raus, diese mittlere mal raus und wir gucken uns mal diese Grenzflächen an. Vielleicht an dieser Stelle, wo sehr feine Strukturen zusammenkommen, diese Sitze beispielsweise. Da ist alles knallhart, das sind alles knallharte Auswahlen hier, die entweder ausgewählt sind oder nicht ausgewählt sind, aber es gibt keine weichen Übergänge. Anders als wenn man das von Hand zusammenbaut, dann versucht man das immer schön mit weichen Übergängen so hinzumarscheln, dass es an nichts schief geht. Das geht hier leider nicht. Und wenn man jetzt mal diese Ebene wieder einblendet, dann könnten Sie, wenn Sie nicht wüssten, wo sie ist, auch nicht sagen, wo die Grenze verläuft. Das ist schon toll, was man da heutzutage machen kann. Es gibt nicht mehr das Problem, dass hier irgendwelche komischen Marschaleien auftreten, dass es hier so aussieht, als wären die Sitze ein bisschen verrückt verschwommen oder zusammengeschmolzen. Nee, das passt alles ganz prima. Trotzdem brauchen wir diese Ebene nicht mehr getrennt und können sie jetzt gleich auf die Hintergrundebene reduzieren. Und uns dann den baulichen Veränderungen widmen, die wir hier eben noch einfügen müssen. Wenn das Schiff später an dieser Stelle sein soll, dann ist es natürlich so, dass es ein Teil dieses Durchblicks hier auf das offene Meer, das hier später an der Stelle sein wird, verdeckt. Und damit natürlich auch so eine Art Perspektivbremse, Spaßbremse, weiß ich nicht. Also irgendetwas ist, was an diese Stelle nicht gehört, beziehungsweise die Aussicht verdeckt. Wer hat das schon gerne? Niemand. Also müssen wir die Arbeitsfläche ein bisschen nach außen hin vergrößern und um weder hier das Stadion stauchen zu müssen, noch irgendetwas zu verlieren, vergrößern wir einfach die Arbeitsfläche. Über Bild, Arbeitsfläche, vergrößern Sie sie nicht in diese Richtung, wo der Pfeil hin zeigt. Nein, das ist ganz anders gelöst worden von Adobe. In die Richtung, in die Sie nicht wollen, müssen Sie klicken. Sie müssen also, wenn wir hier nach links verändern wollen, vergrößern wollen, müssen Sie auf den rechten Pfeil klicken, so dass Sie jetzt mit einem neuen Wert, den wir hier angeben, beispielsweise 31 cm, die Höhe nicht verändern, aber die Arbeitsfläche auf dieser Seite auf 31 cm vergrößern. Okay. Wenn Ihnen das nicht gefällt mit dem Grau, das jetzt natürlich erscheinen wird, dann können Sie diesen Schritt auch nochmal zurückgehen. Vorher eine weiße Hintergrundfarbe wählen, dann nochmal über Bild, Arbeitsfläche 31 cm angeben und haben das Ganze dann in weiß. Spielt keine Rolle für das Endergebnis, aber vielleicht ist es einfacher. So, jetzt nehme ich mir das Polygon das so und kann hier einfach entlang schneiden. Diese Treppe, die wird nachher nicht mehr zu sehen sein, auch die Spielfläche wird nicht mehr zu sehen sein. Deswegen kann ich mir den Part hier einfach aussuchen, meine Auswahl wieder schließen und kann jetzt einfach mit dem Bewegen-Werkzeug und vielleicht den Curver-Tasten einfach meinen Durchbruch hier vergrößern. Der muss nicht unnatürlich groß werden, also nicht so groß, dass auf gar keinen Fall dieses Panorama hier mehr zusammenpasst, aber doch schon so weit, dass wir eine deutliche Vergrößerung haben. Dann kann ich die Auswahl wieder aufheben, denn wir sind ja immer noch in einer einzigen Ebene. Und mein Bild wieder freistellen, um den linken weißen Rand hier zu verlieren, den brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt sind wir bei einer Bildgröße von ca. 30 cm, würde ich sagen, 30,4 cm. Das ist okay und wir können weitermachen und langsam uns daran machen, das Stadion zu fluten.